Willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Wir sollen hier hin. Ignorieren. Mit dir als Wache? Dachte ich, es wär die Latrine. Eine... eine Anwesenheit hier ist... Sieh an. Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter V-Zahn sein, Bast. Lass es sein! Ach du Scheiße. Ich hab ja ein Gans. Was willst du? Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das hab ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Junge, was hast du für ein Problem? Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ich hab mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Dann ist doch gut. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Ich weiß noch, wie die anderen Kinder sahen, was für ein Monster du warst. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrannt, Mark, für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Schöner letzter Satz. Ich rede mit Vala. Okay. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. Dein Bett steht da, wenn du es willst? Oh, warum glaube ich, dass hier irgendwas passieren wird in der Nacht? Okay. So. Dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Norahütten. Nicht sehr privat. Es hat durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruhe dich aus. Aucus abgeschlossen. Oha! Aucus abgeschlossen. Was ist das? Krieger, macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Meine Füße! Wir haben Fertigkeiten! Zwei Stück! Und das ist gut, wenn die am Boden sind. Stark beschädigen, das ist gut. Und... Leichte Angriffen schlagen. Machen wir das hier mal noch. Das ist gut. 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 Oha! Arschloch! Die Trophäe ist hin, ausgestoßene! Du brauchst wohl eine neue! Was für ein Arsch! Was für ein Arschloch! Los, mach weiter! Was für ein Arsch! Ich muss sie einholen! Ganz ruhig! Bringt es einfach zu Ende! Alle bis auf eine! Kommt die ausgestoßene? Die war hinter mir! Sie sah stark aus! Du bist die letzte! Kannst von hier aus auch laufen! Bast wird gewinnen oder Vala! Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst! Oho! Warte! Das ist ein alter Pfad! Dort sind zwei gestorben! Er fällt auseinander! Besser letzte sein, als zu sterben! Nein! Sehe ich anders! In dem Fall! Hohohoho! Bei der Urmutter ist sie irre! Sie bringt sich doch um! Oho! Oho! Es wird nicht leichter! Du bist verrückt, wenn du da lang gehst! Oho! Jetzt geht's nur noch vorwärts! Bleib jetzt da stehen! Kehr einfach hoch und... Der Tür! Ich sehe mich! Wart! Und Vala ist direkt dahinter! Jetzt mach schon! Schneller! Nicht nachlassen! Ja! Schneller geht grad nicht! Hopp hopp! Oh! Ich muss weitermachen! Wie ausgestoßene! Ach! Im alten Pfad! Ist sie irre! Gut! Ich hol auf! Na! Die Ausgestoßene holt auf! Wie ist sie da rauf gekommen? Das wird ganz schön knapp! Was soll ich machen? Nicht abseien? Oh shit! Vom Baumstab gerutscht! Scheiße! Haha! Okay! Ich bin hier! Jetzt mach schon! Beeilung! Weiter so! Los! Lauf! Hopp! Ich hab mein Leben lang dafür trainiert! Sie hatten einen Stamm! Aber ich hatte die Bildnis! Präzision! Nicht genug! Los! Sei! Perfekt! Ah! War auch Selbstgespräche zu führen! Los! Jetzt komm jetzt! Du schaffst es! Sie werden mich nicht schlagen! Ah! 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 Das war kein Sieg! Sie hat geschummelt! Meine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals! Denn sie ist jetzt eine Kriegerin! Du hast's geschafft! Wie ihr alle! Wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt! Doch es ist Aloy... Einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Boah, was sind das denn für? Haltet sich fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Fast. Fast. Machst du mit? Bin dabei. Geh mal los. Jetzt. Ach du Scheiße. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Wir schaffen das nicht. Ich muss den Kampf gewinnen. Oh Mutter, hilf uns. Vernichtet die Eindringlinge. Erledigt sie. Sie sind zu stark. Wir können sie nicht aufhalten. Ich will schon nicht sagen. Aber woher hin? Nieder mit der Nora Brot. Vernichtet die Schänder. Es sind zu viele. Oh, komm jetzt. Wir haben alle schon. Schatten, führe. Schnell. Lauf drüber zum Seil. Tötet sie alle. Keine Zeugen. Keine Überlebenden. Kämpft weiter. Oh nein. Da sind noch mehr. Da kommen noch mehr. Wie viele sind das? Ach, lass sie kommen. Die haben eh keine Chance. Komm hoch hier. Sie ist erledigt. Ach. Überall Tio. Es sind zu viele. Pass auf, da sind noch mehr. Wir schaffen das nicht. No. Wir machen das nicht. Oh, Mutter, hilf uns. Du wirst verändern. Erledigt sie. Ich hänge den Baum fest. So. Vernichte die Einringlinge. Sie sind zu stark. Stirb, Abtrüniger. Wir können sie nicht aufhalten. Wir können sie nicht aufhalten. Jetzt runter, solange es noch geht. Du meine Güte. Kommt zurück. Ah, Mala! Mala! Nein! Du! Der Rotschopf stirbt jetzt. Alle. Vorwärts! Die... Der Rotschopf... Die... 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 Der Rotschopf, in der Ratschopf... ich dachte ich krieg ihn noch ich dachte ich krieg ihn noch mist kommt er mit so einem ding zu einer bogenschießerei das ist eine frechheit ich hab sie jetzt schnitt das spiel ab oder fang dich mist so nochmal weg hier ok das hat von besser geklappt hat gerade besser funktioniert da hat uns der typ nicht direkt abgeschossen ich muss gucken dass ich erst den platt kriege keine munition keine munition ja 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 krass was ist das für einer was ist denn das für einer ist ja nicht zu fassen ich hab sie ich hab sie ich habe sie einen Mann ja et Im Ernsthaft? Möge der Schatten dich verzehren! Nein! Und so geht es zu Ende! Oh Mann! Das darf nicht wahr sein. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ich bin jetzt hier. so darf es nicht enden kämpfen was haben die denn für feine verdammt normal als die war so ein wir haben gesellschaft Wieso bleibt die stehen? Wieso können die uns angreifen, dann dürfen sie draufschlagen, aber wenn die uns treffen können wir nichts mehr machen, das ist doch schon wieder scheiße. Gut, aber ich muss aber wahrscheinlich die beiden unteren platt machen und die anderen abschießen, das hat vorhin ja auch nicht so gut funktioniert. Weil eigentlich ist der Part auch vorbei, ich will es jetzt noch schaffen. Hier, das Mädchen! Hier, da! Hier, da! Hier, da! du hattest sie doch schon in der hand hatte sie doch schon in der hand so die idioten jetzt kannst du weg legen detonationssprengpfeile haben die benutzt okay was pass auf hinter dir gesicht sterben ja 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 nein zeich doch verbrenne alles dann zu deiner aufgabe wie du befiebst Eloi! Überlebe! Indem du sie einen Berg runterschmeißt? WDR mediagroup GmbH Sie stirbt. Was sie dort ist, ist Blaschämie. Sie muss zu ihrer Mutter. Oh, nein! Aloy. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Rost. Nein. Nein, 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 nein. Ich muss hier irgendwie raus. Ich brauche den Fokus. Nein. Nein. Okay. Der Fokus hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Ich bin nie verfügbar. Toll. Das heißt, ich werde auch nicht speichern können. Gut, dann werde ich den Part hier beenden. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Ich hoffe, ihr seid damit dabei. Erstmal bis dann und ciao. ich steufe. Ich fühle dich galt auf flüssigум. Vielen Dank.